Ein Neutralleiter ist im Niederspannungsnetz ein Leiter, der mit dem Neutralpunkt elektrisch verbunden und in der Lage ist, zur Verteilung elektrischer Energie beizutragen, Kennzeichnung und Ausführung. Der Neutralleiter wird in Europa mit dem Buchstaben N bezeichnet und ausschließlich mit der Farbe Blau über die gesamte Länge gekennzeichnet. Die in vielen Ländern Europas verbreitete Schuko-Steckdose vom Typ CEE 7 Viertel ist symmetrisch und unterscheidet nicht die zwei stromführenden Leiter, Außenleiter und Neutralleiter, bei anderen Steckdosen. Beispielsweise bei der in der Schweiz verwendeten Dosen nach der Norm SEV 1011 ist die Belegung festgelegt. Eine Erdung angeschlossener Geräte erfolgt ausschließlich über den Schutzleiter. Entgegen vielen Meinungen gibt es bei CEE 7 Viertel-Steckdosen keine Norm, welche die Position des Neutralleiters links oder rechts bei waagerecht angeordneten Steckbuchsen festlegt. Bei Steckdosen nach der Schweizer Norm SEV 1011 ist der Neutralleiter vom Betrachter ausgesehen links. Grundlagen In Deutschland ist gemäß Definition in DIN VDE 0100-200 der Neutralleiter ein aktiver Leiter wie auch die Außenleiter und dafür vorgesehen, im regulären Betrieb Strom zu führen. In Verbraucheranlagen auf Basis TNC und TNCS-Systemen gilt der Neutralleiter als geeignet niederumig geerdet, wenn in keinem Fall die jeweils zulässige Berührungsspannung zwischen Neutralleiter und Schutzleiter überschritten wird. Er braucht daher nicht getrennt zu werden. Im Drei-Phasen-Wechsel-Stromnetz hebt sich der Strom im Neutralleiter auf, wenn in allen drei Außenleitern Ströme gleicher Stromstärke, gleicher Phasenverschiebung und ohne Oberschwingungsanteil fließen. Bei ungleichen Strömen in den Außenleitern fließt im Neutralleiter ein Strom, der die Asymmetrie ausgleicht und unter obigen Bedingungen maximal den Strom des am stärksten belasteten Außenleiters erreicht. Bei unterschiedlicher Phasenverschiebung der Ströme in den Außenleitern bzw. bei Oberschwingungen zusätzlich zur Grundfrequenz kann der Strom im Neutralleiter den Strom des am stärksten belasteten Außenleiters wesentlich übertreffen. Historische Entwicklung in Deutschland In Deutschland gab es in den alten VDE-Vorschriften keinen Neutralleiter. Noch im Jahr 1958 wurde dort ausschließlich das Prinzip der Nullung angewendet. Der geerdete Mittelleiter wurde als Nullleiter bezeichnet. Er hatte die Funktion des Schutzleiters und des Neutralleiters in sich vereinigt, entsprach also in seiner Funktion dem heutigen Pen-Leiter. Er wurde mit der Farbe Hellgrau gekennzeichnet. Seit 1965 gibt es den Begriff Mitteleiter, der erstmals funktional dem heutigen Neutralleiter entsprach und in der Farbe Hellblau verdrahtet wurde. Gleichzeitig wurde die grün-gelbe Kennzeichnung für den Schutzleiter eingeführt und der damals noch zulässige Nullleiter wurde in der Farbgebung von Hellgrau auf grün-gelb geändert. Im Jahr 1973 wurde die sogenannte klassische Nullung unterbunden und im Juni 1975 wurde der Nullleiter verbindlich in Pen umbenannt. Die Drahtfarben von 1965 blieben bis 2003 unverändert und die aktuelle Drahtfarbe Blau für den Neutralleiter wurde mit der DIN VDE 0293-308-2003-01 eingeführt. Klassische Pen-Systeme findet man in Kundeninstallationen in Deutschland, die vor dem 31. März 1974 fertiggestellt wurden und nach aktueller Norm nur im Verteilernetz der Netzbetreiber und für besondere Anwendungen. Die Aufteilung von Pen in den P- und N-Leiter erfolgt heute unmittelbar an der Übergabe vom Netzbetreiber in die Kundenanlage im Hausanschlusskasten. Der Begriff Neutralleiter wurde erstmals 1983 in der VDE genannt. Der Neutralleiter wird auch heute oftmals noch unzutreffend als Nullleiter bezeichnet und fälschlich wird als frühere Drahtfarbe auch grau angegeben. Es handelt sich aber in beiden Fällen um einen Leiter, der heute dem Pen-Leiter entspricht, Neutralleiterunterbrechung. In einem mehrphasigen Netz, zum Beispiel einem Drei-Phasen-Wechsel-Stromnetz, bilden im Falle einer Unterbrechung des Neutralleiters die Widerstände der Verbrauchsmittel an den einzelnen Außenleitern einen Spannungssteiler, wodurch sich das Potenzial des nun freien oder schwebenden Sternpunkts bei asymmetrischer Belastung der Außenleiter verschieben kann. Diese ungleiche Lastaufteilung wird als Schieflast bezeichnet. So kann bei stark ungleichen Strömen in den Außenleitern die Spannung zwischen dem am geringsten belasteten Außenleiter und dem Sternpunkt nahezu auf die Spannung zwischen zwei Außenleitern steigen. Das kann zu Überspannungsschäden führen. Gemäß aktueller Normen in Deutschland braucht der Neutralleiter nicht geschaltet zu werden. Der Neutralleiter darf aber unter keinen Umständen alleine, sondern immer nur gemeinsam mit allen aktiven Leitern eines Stromkreises und nur mit normgerechten Geräten geschaltet werden. Eine schaltungsbedingte Neutralleiterunterbrechung ist somit ausgeschlossen. Spezielles. Im Gegensatz zu den Strömen der Grundschwingung heben sich die Ströme der durch drei teilbaren harmonischen im Neutralleiter nicht auf, sondern addieren sich. Dies betrifft bei der in Europa üblichen Netzfrequenz von 50 Hertz insbesondere die dritte harmonische mit 150 Hertz und die neunte harmonische mit 450 Hertz. Gäratzahlige harmonische Oberschwingungen spielen. So kein Gleichanteil vorhanden ist keine Rolle. Dadurch besteht die Gefahr, dass in Anlagen mit mehreren Geräten, welche keine oder zu geringe Leistungsfaktor Korrektur aufweisen, wie beispielsweise Schaltnetzteile zum Beispiel von Personalkomputern, Fernsehern oder Leuchtstofflampen mit elektronischen Vorschaltgeräten, der Neutralleiterstrom über den zulässigen Grenzen liegt, während die einzelnen Außenleiter ihren maximal Strom, auf welchen die Absicherung dimensioniert ist, noch nicht erreicht haben. Neuere Normen tragen diesem Umstand Rechnung und enthalten Belastungstabellen für die gängigen Referenzverlegerarten mit Spalten für unterschiedliche Oberschwingungsanteile der dritten Oberschwingung der Außenleiterströme. Gemäß einschlägiger nationaler Normen dürfen im Neutralleiter keine einpoligen Schaltgeräte eingesetzt werden, beziehungsweise müssen einpolige Wechselschalter im Außenleiter angeschlossen sein. Normen DIN VDE 0100-100-200-2006-06 Errichten von Niederspannungsanlagen Teil 1 Allgemeine Grundsätze, Bestimmungen allgemeiner Merkmale, Begriffe DIN VDE 0100-200-2006-06 Errichten von Niederspannungsanlagen Teil 200 Begriffe DIN VDE 0100-510-2011-03 Errichten von Niederspannungsanlagen Teil 5-51 Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel Allgemeine Bestimmungen DIN VDE 0293-308-2003-01 Kennzeichnung der Adern von Kabeln, Leitungen und flexiblen Leitungen durch Farben